HWD-Nachers Übersatz zu Foundation Wie man sieht, hier habe ich die ganzen Linien weg, momentan gerade Es ist hauptsächlich da rum, weil dieser Fonda kann nicht Unsere Milchproduktion funktioniert jetzt endlich Endlich 20 Kühe pro Hof ist eindeutig die richtige Menge Dass sie es wisst Es ist lustbar genug Und dort ihr bitte meine Augen Und Was kommt denn? Ich bitte veräppeln Was kommt denn? Hallo Ich muss drei Spie anbauen einen Moment mir ist am Lof alone nee Oh nein. Ich bin in der Zunge. Oh nein. Ach, jetzt geht's doch vor mir durch. Ihr hattet so, ihr Hundling. Und ich denke mir die ganze Zeit schon so hin. Warum tun die da nichts? Warum interessiert die das nicht? Ich denke es mir schon die ganze Zeit. Das ist ja genau so ein Weg wie sechs nicht überhaupt. Ihr Hundling ja. Das wollen wir auch unbedingt machen. Aber jetzt kommt erst das. Da haben wir inzwischen nichts für die Erbahn. Das ist überhaupt keinen Sinn mehr. Hat sich das da vielleicht weggefahren? Nein. Ich glaube ich bin jetzt da jetzt noch. Ne. Ich kann nicht zu und wegschicken. So oder leider. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Da älter. 4, 2, 4, 6. 6, 8, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11. Das bauen wir jetzt mal, dann müssen wir sowieso abreißen und dann müssen wir hoffen, dass wir jetzt am nächsten Mal wieder kurz wieder haben. Ja, heute mache ich eine Doppelfolge, weil die Folge von letzter Woche wieder gut mache ich nicht, sonst kann ich mich gar nicht mehr aus. Also heute ist 49 und 50. Was macht man halt das und ich möchte dann auch das da anfangen. Das funktioniert soweit momentan, das können wir dabei lassen. Aber das ist halt noch so... Kann ich fahre die irgendwie. Oh, das geht mal. Wahrscheinlich. Jetzt wird natürlich auch wieder richtig bad Stickwälder, unten in dem Baumgebiet. Das sieht man halt auch mit dem Wald und so, das sieht man halt fast nicht. So, wir können noch überlegen, ob wir das Holzzeug nicht auch da wegmachen, dass wir da mehr Platz für das haben. Wir müssen jetzt mal in der Ernte bauen. Das macht man, das macht man. Und wenn wir dabei mal alle Tauchen können wieder richtig besetzen. Ich muss selber und diese mal rum, wenn wir kommen. Wie ist dies? Okay. Okay. 700. Schaut's aus. Das funktioniert mit Milchproduktion und so. Man sieht sowas immer noch nicht. Du hast viel Milch, aber wenig Käse, wo es rauskommt. Trotzdem, dass ich irgendwie Mox installiert hätte angeblich. Aber nichts noch gemerkt. Dann haben wir die schon wieder da. Okay. 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 Ah ja, das hätte ein bisschen entspannt gehen. Von dem Reitdoktsfolge. Mein Herr, euer Vogt steht bei ein neues Blablabla. Ja, gut. Oh Gott, keiner. Ich wünsche mir das immer mal ringen, dass das... Gut. Ich hab das und jetzt weg. Das und dann. Das und dann. Das können wir mal lassen. Was ich am Schluss dann mache, ist, ich baue einen Kasten rundherum aus verbotenes Land. So wie ich es herum gemacht habe. Wie hier ungefähr. Dann hängen sie nicht rein. Also hier. Ich habe das noch nicht. Ich baue einen Kasten. Ich bin rauskommt. Das ist ein Kasten. Oh mein Gott. Hier sind wir. Ich denke mir schon über alles. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Jetzt fahre ich mir ja gar nicht mehr so. Schwer zu glauben, dass die ganze schon 50 Bären da drin hat. Und dass die kann man halt, wenn die ganze irgendwo rumrennt. Ich soll ja auch nicht da runterrinnen. Du sollst sie ja da einkaufen. Schau, das sieht man gut. Da kommen wir jetzt inzwischen nur an. Irgendwann wird sie runter. Ich glaube ich so kommen und momentan da Holzfüller. Oder zwei Holzfüller. Wie immer. Ich schmeiß mal einfach raus. Und sie kann es essen. So. 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 so und 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 ok du 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 also ich möchte mich das da alles ersetzen nein, ja das und das mit der Größe hab ich noch nicht so ganz verstanden am besten hat es funktioniert gerade wenn man aber das funktioniert ja anscheinend ich weiß nicht warum das funktioniert perfekt weil jeder gleich verwegt hat aber sie haben nicht rund umgegangen deswegen habe ich das ja so bauch jeder den kreis hat um sich herum und jetzt macht man halt kreis übernommen oder viel probieren testen wo sie immer So, jetzt geht's mal. Es ist jetzt eigentlich so egal, ob das so einen anderen beeinflusst, weil das macht einfach nichts mehr aus inzwischen. So, jetzt geht's mal. So, jetzt gucken wir das an. So, jetzt ist da hier schön. Ah, ich bin da nicht so sparen. Das macht wieso nichts. Okay. Okay. So, jetzt machen wir da noch. So, jetzt machen wir das. Okay. So, jetzt machen wir das. Okay. So, jetzt machen wir das. Oh. So, jetzt machen wir das jetzt schon so. So, jetzt machen wir das hier so. Ist ja egal jetzt. Das Weg geht aber auch vor Prada, dann können wir doch alles wieder nachholen. Schönes Haus hier mal. Mit die Tür zu ziehen. So, wir wollen uns erst mal hier fertig werden, wir fahren mal da hin. Wir müssen das so hoch machen können. Jörgö. Oh, Mund. Oh, Mund. Oh, Mund. Oh, Mund. Die Warnstunde sind erst fertig. Das ist ein Fiskender, aber noch faune. Verrufe. ja ja hier steht wie Okay. 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 die gerne das ganz gut machen und sogar bis mal rüber da und die da die dann gerne mal einteilen und machen dass die zur nächsten Aussaatperiode wieder dabei sind jetzt bin ich mal gespannt ob wir da eine ganze Woche brauchen dass das so wieder richtig läuft oder nicht ja das haben wir auch schon gehabt das haben wir ja beim Milchsektor jetzt drum gesehen 1.300 Speere ich weiß nicht mehr wo die lagern, weil ich die einfach nirgends drin hab ich will einfach nirgends Speere lagern aber lagern die nicht vielleicht kann ich nicht mehr lagern weil ich den nicht richtig einfach mit dem Dürfen habe ja das ist sowas im Ding wie das diese komischen Baublende die du nur für die Kirchen hast wo du nichts besonderes rauskriegst sondern nur für die Kirchen da messen kann vielleicht nur für die Kirchen Tja wir haben die Kirchen auch da noch eine für die Kirchen also Ich habe ihn da auch nissbar unter Mücken, wenn man es hier baut. Man muss auch keine Wanderzeige machen. Ich weiß nicht, dass man das baut. Kann man es auch zu dem ganz anderen Zeug dazu Zum Deniz haben Ich muss noch ein paar extra Binnen machen Aber es sind auch schon ganz schön weit Du kannst gerne euch so umdrehen Apropos Schau mal Hau auf die Beileid Olsch Ist das auch so ein Riesenbump? Pronto 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 Anno. Ab wirede. So. All done. All done. ja noch hinterher schmeißen nur 1 viertel und 3 das ist eine schwade hinterher ja und wie cool oh wir haben jetzt lauter 40 ich glaube ich schwach kann nicht mehr wenn alle komplett auskudelt ich bin aber jetzt kannst du mal da wieder weiter gehen Welt der Bauer ist dann schon schwer der Bauer muss nur 100.000 Kilometer 100 Kilometer der ist nun mal weg nichts wie weg hier du bist immer noch nicht so ganz wie es macht hm eigentlich am liebsten da das ist immer wie bei Bandage das auch ein großes Feld oder so so und so viel Arbeit das ist 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 das macht man nur hier hinter oder so die dass das ist das ist das ist das ist das ist ich ja ich ja 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 ich ja 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 wie wir ja Können wir ihnen dann noch mehr geben? Können wir ihnen dann noch weniger geben? Sie gehen halt glaube ich immer von vorne rein. Wenn sie es aussonschaften, dann schafft sie es normal als Ernten. Und dann kannst du sie nach 4 Franken fangen so an. Können wir noch ein bisschen mehr geben. Man muss dann weniger geben, weil es nicht immer ungleich. Sie schafft uns nicht, weil es zu weit weg gewonnen. Das ist ein Aschlob. Auszeichnen. Das ist doch noch was die Anwendungen drin haben. Das besser wachsen, ne? Bin ja nicht gut. Oh, nein. So. Das ist doch noch was. Oh, nein. Yep. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich muss jetzt noch etwas erscheinen, vielleicht haben wir zwei Dinge aufgelistet. Das bleibt mir kurz, gehen wir mal. das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Limon Limon Abwechslung und war Ich würde es sehr gerne bauen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich würde es mir so wenig gefehlen. Moment mal. Das läuft dann noch wie alt herum. Ich würde es dir jetzt so weit weg wohnen. Oh, da wird es schon. 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 Wir haben hier ein voriges Haus gebaut. Sehr gut. Wir haben das nächste Haus weggegangen. Gut. Wir müssen es nur so arbeiten, dass es so richtig ist. Und das ist auch so. Wollen wir dann noch einen Brünen her. Das will ich dann auch nicht, was mit dem Brunnen herbauen darf. Das ist jetzt nicht so für eine Tiermission. Schütze ist alle ganze Zeit her. Wirklich mag. Huch du dich? Frage soll ich, wie groß du das machen? Oh, ich bin mal... Ja, ne? Ich will doch mal... so so Ich hab's mit dem Erwinnern noch hinten. Größern. Mehrer sind meiner Meinung nach. Wir sind nicht zu groß, nicht zu klein. Da kann man gut rein. Wenn wir hier vorne sind, dann können wir das Winkel bewerten. Wir brauchen Bedrohung für 6. Door. 6. Door, 6. Ich meine, in der Mitte kommt ein Traum. Was brauchen wir weiter auf einer Seite? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich dauert es über das Belong, dass wir nicht kommen, dass wir morgen. So, da muss ich irgendwo anders bleiben. Ja, ich muss natürlich kommen. Das ist dein Ding, das stimmt. Das ist dein Ding, das muss ich sagen. Was so schlimm drohe, das verstehe ich nicht. Wenn man mal die Uhr lang auch versteht. So sieht's aus aus aus. Ich habe nicht mit einer Klappe rumgeladen. Sachen. Oh, was ist denn noch 100. Und jetzt ist ja 2 bis 7 bis 3. Allerdings ist es noch 2 bis 7 bis 7 bis 7. Oder eher an den sächlichen Weizenzen? Ich muss nur zum Essen einkaufen und ich muss nur zum Essen einkaufen, irgendwo anders hin. Ich glaube das ist einfach das Problem, dass man den zweiten Weg raus zeigt. Ich verstehe das trotzdem nicht. Wenn du jetzt schon wieder schaust, ist jetzt schon wieder so soft. Wenn wir jetzt Essen holen, das dauert wieder ewig. Das hat ewig so weit laufen müssen. Was ist eigentlich so schwierig, Bro? Endlich. Wenn wir nicht in die Häuser einkaufen sind. Ach so, den Papa hat alles hier. Ich glaube nicht mehr. Das ist ja nicht mehr für die. Das war doch schon nicht mehr für die. Ich wusste auch nicht gedacht, dass die dort wohnen. Ich bin nicht mehr. Wir müssen uns sehen. Ja, ich bin nicht mehr da. Oh mein Gott, was ist das? Ah, was ist das? Wer rennt? Ah, ja stimmt, schau, dann haben wir ja doch direkt. Werden-Sammler am Ort wieder, wenn wir nur einer sammeln. Schon mal sehr praktisch, ich weiß nicht, gefühlt, dass mein Mikrofon leiser jetzt hat, weil irgendwas, also ich hab's jetzt auch schon gemerkt, es schaut so aus, als wäre mein Mikro leiser. Das ist noch... Es ist noch richtig, aber es ist anscheinend irgendwie leiser geworden. Keine Ahnung. Ist das ganz komisch. Normalerweise schlägt es ja viel weiter aus, und ich hab's jetzt auch schon aufgetragen, aber irgendwas stimmt nicht. Das ist ganz weird, dass das... Er red wie immer, er red so, er red so. Versteh's nicht, das sieht irgendwie leiser aus wie sonst. Hä? Wahrscheinlich, wenn ich mir den PC einstelle, das löse ich noch mal. Naja, das muss man auch nicht verstehen, ne? Das schwul macht nicht. Versteh's. Der Sound vom Space ist auch zu leise. Hä? Versteh's nicht. Äh. Wie ist das? Okay. Aber ich zeige auch, wenn ich jetzt leise bin. Das ist echt dumm. Okay. So. 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 Momentan Das sind nicht geschneut Für mehr sind aber zu viel näher noch dauert Ich meine du arbeiten 2 Aber 3 Das brauchen wir auch 2 Zwei 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 Missing Also ich verstehe es nicht mehr mit dem Mikro, dann ist es normal wie immer gleich laut. Warum ist das jetzt noch mal leiser? Hä? Was sieht denn das jetzt nicht? Neu, das ist jetzt mal aus dem Fressen lauter. Das ist voll schön. Das ist voll schön. Ich kann auch nicht zurückgekommen. Nein, man kann doch nicht zurückgekommen. War ja zu einfach. War gut zu einfach. Warum kommt das schon? Na... Ich weiß was warum... Jetzt weiß ich warum... Jetzt weißt was warum... Jetzt müssen wir es jetzt besser sein, oder? mein gott deswegen ist so leise gewinnt mich wundert schon das passiert ist dann wieder um obacht ich bin wieder viel zu laut jetzt da wundert mich gar nichts mehr pc hat sich einfach denkt er stellt komplett standard um und ich habe nicht checkt dass mein headset drin war aus aufnahmeding zwar nicht bei obs sondern bei dingens ja jetzt schlagt so das aus wie es so schön fast bis zum gelben perfekt so wo jetzt alle hatten was bei gillmann blauer bauer 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 praktisches herbeeren brot weiß ich noch nicht vielleicht fisch irgendwann okay es ist schwierig wenn ich das daher die fischweiche praktisch wenn man selber fischen kann damit können wir nicht selber fischen dem her blöd dann muss wären so und zu bären händler der kräuter her dass die schmerz hält jeweils immer noch für einen dritten morgen dann müsste es nun zum lager um erinnern was dann bauen wir jetzt das lager her ist es fertig dieses fertig das ist auch fertig naja genau das ist fertig das ist fertig ganz langsam einfach weiter schickt der kleid einfach weiter wir haben endlich wieder 25000 gut standardmäßig ob das 100 jahr dauert jetzt müssen das brot noch perfekt optimieren und dann ciao kakao mich eigentlich irgendwann dass die ganze straßen da hoffen dass man doch nichts mehr so blockieren muss aber das ist immer so ein problem wenn man es aufmacht dann funktioniert es immer so wie man mich dann gehen wir mal irgendwie vor allem bei die wohngebiete ist das ein problem wenn die leitern sie dinge zu ach aber zu janu okay 500 milch und der käse es ist sehr gut so wie es gerade läuft sehr sehr gut wir haben jetzt bei 440 light 140 kars ja aber ich sage um die 100 klamotten ist einfach wie das überhaupt keine jucke oder das braucht ja fast keiner wenn wir jetzt so viele verschiedene sachen wenn wir klamotten und ding 400 mindestens und wir haben wir 2000 eisenbauern also überlegen die ganze zeit was kann man nur aus der bauern näht das ist natürlich doof baumeister kammer wenn die meiner meinung ist aber die und sich so sinn morgen berg weiter also ausgültig stehen immer mehr und dass wir gucken wir haben und oder baumeister ja mal die schwierige nahrung man brauer was nur baumeister auf 100 was bin das also frage fürster kann man vielleicht fürst erkannt man moore fürst er kann man holzfäller nicht holzfäller nicht opfenbauer jäger 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 müssen akkut arbeiten käse müssen gut arbeiten also stoppt immer mal sehr früh um kochte muss einigermaßen kühler was keine kühler und bis jetzt nicht so viel gebraucht bleiben einfach so viel jetzt schon immer so kippt 1000 eisenärzte markthandier machten noch mal gesagt konnte vom lauf auf keine voll dass die weiter aufsteigen schäfer da jetzt alle unbedingt weil das hauptproduktions ding ist mit so problem hast dann das richtig ist richtig runde schockort kann man vielleicht machen schmelze eventuell steuern treiber geht wahrscheinlich bestimmt dass den wachst aber da schon nahrung mangel sind ja drohe sind ja drohe okay desto mehr mehr in den höheren stand um desto mehr leid also desto mehr kaufen die art ist ist desto mehr müssen wir produzieren deswegen muss man da immer drauf schauen bevor man irgendwas macht gucken bevor man irgendwas ja mach doch mal ja nectar aber damit um ja ordentligt keine dass So. So. Ich weiß immer noch nicht, ob das richtig funktioniert so. Ich weiß immer über Seki zum Schauen, wenn sie es machen. Bauernzeppen. Soldatenzeppen. Bauernzeppen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe bloß einen Ohren-Ohrenzigen. Und der ist, der ist noch mal zu stark, aber der ist verwundet einfach. Das ist schon mal sehr nice. Schau mal, wo fadet sowas? Der Jäger. Jetzt filmen wir einfach mal die ganze Sonne da auf. Was wir da auch ausmäßig und so haben. Ja. Hä? Übergeblich eh verarberstlose Bewohner. Ah, schauen wir mal, wie viel Glaser wir gleich noch haben. Die, 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 die. Die, 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 die. Schauen wir mal, wie das richtig ist. Da haben wir noch kein Ohrenzigen auslösen. Ich weiß nicht, wo das die Eivie herzügt, aber kann man nicht. Bede, du. Ich würde jetzt, die Brunnen und Brunnen mit einplanen. Brunnen. 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 Weil die brauchen ja Wasser zum Bohr. Deswegen war ursprünglich der Plan, dass man die Olle so ordnet. und teil so und teil so macht eventuell auch scheider immer das wirklich so machen ob das macht man so wirklich so es schon mehr sinne gibt die auf dies aus zum richten mit dem zu arbeiten gräber haben wir wieder überlege und mehr inzwischen den zwischen den zur law ist einfach nicht lassen es macht überhaupt ganz sinn dass wir das machen eigentlich das kann man eigentlich weg machen macht nicht viel sinn die müssen doch so oder so durch die und wenn es das schnee herkommen auch zu ermessen folg so ok es schaut so dass dann es ist so wie die frage sagt er wie viel sie da produzieren ist auch wieder die frage was du wollen ich habe zehn leid ich weiß zwar nicht wo die zehn leid waren ich... ich habe noch einen hier du hast mich georbert du hast mich georbert du hast mich georbert sowas gefällt mir Schau ich weh. So boah, warum ist er jetzt so Träger? Nichts so. Träger. Hä? Ja. Ja, robot. Ja, robot. Ja, robot. Hä? Assembler, robot? Hm, der robot. Jetzt mal schon. So kann ich ihn jetzt zum Träger mal. Hallo? Ah, der ist schon Träger. P-Priolania. P-Priolania. Oh, wo ist das jetzt wieder? Oh, wo ist das wieder? Seh da. Tello. War nicht zufällig zuha, ne, ne. War ja noch nie ausprobiert. Tello. Witziger. Men... Wobri. Menobri. Ich hab' ich glaube schon ein paar Mal neu eingeteilt. Ich hab' ich glaube schon ein paar Mal neu eingeteilt. Schon haben wir so sechs Arbeitslose in Anführungszeichen. Wo einfach andere Arbeit haben und nicht aus Arbeitslose eingestuft werden, weil die es nicht ausgestellt habe. Deswegen... Deswegen werden sie nicht angezeigt. Die haben in dem Job noch, weil ich es einfach abgerissen hab' die Kaiser. Deswegen haben sie nicht in dem Pool drin. Naja, gut. Jetzt trinken wir auf alle Fälle noch mal einen Schluck. So. Und ich wundert mich schon, warum bei mir gerade so komisch ist. Kumpels haben sie auch schon gesagt, dass ich mich so leise... Oh ja. Toll. Also. Da kommt... Brot. 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 Dann kommt da... Beeren. Beeren. Kräuter. Beeren. Kräuter. Dann dort nur Essens. Denk immer. Honig. Mit einer. 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 Bestücken. Parakino. Was für da? Dann... Müssen wir kurz warten. Dass die Person dort rauskommt. Hä? Gegen. ... 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 zudele Interessant, desto mehr ich da drauf auf dem Feld mache, desto klingwert ist Ich würde immer noch gerne mehr drauf beschäftigen, weil es kann nicht sein, dass die so doof sind Ich muss mir vorstellen, ich muss mir sogar da zeigen Ich würde sogar Brot eingelagert, dass sie das da verkaufen können Das schaut auf alle Fälle mehr Ding aus, als wie das da Mehr Größenmäßig schauts mehr aus Also ich denke jetzt mal nicht, dass die Stundenfolgen oder Doppelfolgen öfter vorkommen Weil eigentlich habe ich ja nicht den Plan, dass ich krank werde und dann nicht mehr rennen kann Das war ja der Grund dafür, weil ich einfach gar nicht mehr rennen habe können Es hat angefangen mit, dass ich die ganze Zeit gerissen habe Mit der Nasen und dann Husten, dann Halsweh, Mandelentzündung, Rachenentzündung Ja Man kennt ihn Da arbeiten doch drei, wo handeln die drei immer Wo sind die anderen zwei Ihr habt sie immer frei, oder? Wir wohnen doch So lustig So lustig So lustig So lustig Warte mal So, nix was oder? Könnt ich das jetzt hier... das ist dass du dich nicht gescheit eilichten kannst auf ein ding das stört mich auch so ein bisserl oder gibt es schlimme sachen schlechtes wetter so okay die richtige größe herausfinden ist glaube ich schwierigste an dem ganzen audienz möchte werden zu einer periode über polen weizen bei uns wenn man die richtige größe vom feld rausgefunden und dann können wir die einfach immer so mehr oder weniger übertragen und das ist dann schon sehr viel wert weil man weiß immer wie viel das brauchst und wie viel das sinn macht wenn man eigentlich hat man das so machen noch einmal so das ist ein bisschen schmeier ein bisschen niedriger und wenn dann können wir es dann immer nur umbauen man sagt es jetzt obwohl es bis halb die wirtschaft war 50 rausgekommen insgesamt dann müssten dann 100 rausgekommen dann noch 200 300 400 dann da was das dann musst du bedenken dass da irgendwo einen weg machen die affen auch wenn ich jetzt aber schon gerade so gut in dem ding da drin bin dann kann ich das da machen ich glaube ich werde da noch ein bisschen was wegnehmen müssen also die perfekte toperei machen kann jetzt wieder alle anderen frei es ist so geheimt dass die immer frei haben ich habe gerade frei ich habe gerade frei ich habe gerade frei ich habe gerade frei wow es haben alle jetzt frei außer einer oh man das ist halt auch der grund warum es dann nicht läuft ich muss mindestens oder aus wo und tanz wieder im wachstum und die haben wie das heubiefeld nicht ausgesagt es bringt dann nix verstehe ich es nicht es läuft nicht mehr wenn wir die ganze zeit nur in pause machen aber wo ist nur leib eigener das ist wehrter sehr wehrter ist es ok ok schauen wir da noch ein bisschen nun geht es ja schon rund wenn wir dann können wir hier mal fädel beschneiden sind auch nicht einer rinder doch bei corner kein einziges feld das komplett bewirtschaft wenn die alles am pause machen es macht doch null sinn aber man darf alle pause und die zwei fehlen muss sagen die haben am meisten bewirtschaftet jetzt gerade weil die so nah dran wohnen aber ich weiß nicht warum die so lange da hin und her scheißen was die aufholt was machen die die ganze zeit ist was ich verstehe ich verstehe ich ganz und gar nicht natürlich auch der haus ist es ja mir egal 1 2 3 1 2 3 wir sind wieder relativ er hätte doch aufhärmige sind aber egal wenn man relativ gleich auf dem anderen können wir ja immer nur punkte kriegen immer wieder boden haben so ente ente 35 jetzt schauen wir muss man wichtig oder sko weg mehr durch das ding durchs feld durch geht es ist einfach mir ein bisschen belastend klar damit die zählen ist ja noch verfügbar was sonst ne 1 2 3 4 5 6 7 8 Ich glaube das liegt da noch hart daran, dass sie so weit weggehen, weil sie dort herum die Mühlen haben. Und nicht bei uns. Weil da waren die Mühlen. Aber die können wir eigentlich ausschalten momentan. Da waren sie zur Arbeit, gar keiner. Ok. Ja, wie es da weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Nach der Doppelfolge ultra lang, 1,5 Stunden. Und ich glaube nicht, dass wir das öfter machen, weil das ist ja grausig. Das kann man im Stream machen, aber nicht in der Folge. Jetzt sind wir wenigstens wieder on point mit den Folgen nach den Nummern. Sonst komme ich ja auch nur durcheinander, weil das ist ganz schlimm. Den muss ich ja immer noch schauen. Wenn es euch gefallen hat, links oben ist der nächste Upload vom Kanal. Links unten geht es zur Foundation Playlist. Und rechts geht es direkt zum Kanal, wenn es euch irgendwas anderes interessiert. Ich habe schon einige Spiele gespielt. Es sind glaube ich jetzt schon fast 1000 Videos auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.